Schließe nun deine Augen und erschaffe ein Bild in deiner Vorstellungskraft. In diesem Bild siehst du eine Treppe, die zu einem wunderschönen Ort führt. Stell dir vor, du bist ganz oben auf dieser Treppe und gehst diese nun Schritt für Schritt hinunter. Schau genau hin. Ist diese Treppe aus Stein oder aus Holz? Wie ergibt sich die Treppe in deiner Vorstellungskraft? Mit jedem Schritt, den du hinuntergehst, gehst du immer tiefer und tiefer in diesen wunderschönen Zustand hinein. Mit jedem Schritt, den du hinuntergehst, gehst du immer tiefer in diesen wunderschönen Zustand hinein. Mit jedem Schritt entspannst du dich innerlich mehr, dein Körper entspannt sich, deine Arme und deine Beine werden schwer. Mit jedem Schritt lässt du locker und lässt innerlich von allem los. Mit jedem Ausatmen entspannst du immer mehr. Atme tief ein und aus und gebe dich der Entspannung komplett hin. Stufe für Stufe gehst du tiefer und tiefer in die Hypnose. In wenigen Schritten bist du unten angekommen und läufst einen Weg entlang. Ein wunderschöner Ort, an dem es Wasserfälle, verschiedene Blüten und prachtvolle Pflanzen in verschiedenen Farben gibt. Du läufst diesen Weg weiter entlang. Neben dir gibt es Bäume in verschiedenen Größen, exotische Tiere. Alles ist total im Einklang und in Harmonie. Stell dir vor, wie du dich diesem Wasserfall näherst. Wie du schon das Plätschern des Wasserfalls hörst. Stell dir vor, wie vor dir Wasserfälle sind. Das sind kleine und große Wasserfälle. Das sind allerdings nicht irgendwelche Wasserfälle, sondern ganz besondere, die etwas in dir verändern. Stell dir vor, wie du unter einem Wasserfall sicher stehen kannst. Und das Wasser durch deinen Körper hindurch fließt. Stell dir vor, du stehst unter diesem Wasserfall und das Wasser fließt durch deinen Kopf, Nacken und Schultern durch deinen Körper hindurch. Stell dir vor, du stehst unter dem Wasserfall. Stell dir vor, wie sich durch diesen Wasserfall jeglicher Stress und Druck in dir löst. Atme weiter tief ein und aus. Atme weiter tief ein und aus. Stell dir vor, wie du dich hindurch und massiert Körper und Geist. Stell dir bildlich vor, wie du an diesem tollen Ort alles komplett loslässt. Du lässt Blockaden gehen. Du lässt alles gehen, was du gehen lassen möchtest. Es ist ein ganz besonderer Ort. Mit jedem Ausatmen kannst du dich immer mehr und mehr entspannen. Komplett locker lassen und dich für die Hypnose im Unterbewusstsein öffnen, sodass wir dann miteinander ein tolles Ergebnis erzielen. So löst du jetzt an diesem wunderschönen Ort alle Blockaden. Alles, was dich innerlich blockiert, kannst du nun von dir lösen. Du kannst dich frei, locker und entspannt fühlen. Stell dir vor, wie du immer weiter und weiter entspannst. Mit jedem Ausatmen breitet sich in dir ein Gefühl der Ausgeglichenheit und Harmonie aus. Mit jedem Ausatmen lösen sich immer mehr und mehr alle Blockaden. Atme weiter tief ein und wieder aus. Wie fühlt sich dein Körper an? Deine Arme, Beine, Muskeln. Du nimmst wahr, wie du immer mehr entspannst. Schaue in deiner Vorstellungskraft auf deine Füße und sehe, wie eine dunkle, dreckige Farbe aus deinem Körper weicht, durch das Wasser ausgespült wird und von dir weg fließt. Du reinigst dich gerade von all diesem Dreck, bewussten und unbewussten Blockaden. Du fühlst dich immer freier, immer wohler und entspannter. Du lässt immer mehr los und machst das alles mit deiner Gedankenkraft. Mit jedem Ausatmen fühlst du dich leichter. Alles entspannt sich. Mit jedem Ausatmen entfernt sich alles Negative von dir. All die Blockaden können sich nun entfernen. Beh rennt an dem Druck auf Конечно, bei einem den Blockaden zerstören. Close Slow 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 Slowes 했어. In Ogst arkadaş wird Angst vor basketballer Augenblas über ströte Luis... ... und einen Schlagn an demoshop有 wahr. Um, als história wird prepfreisbar. Stelle dir bildlich vor, wie du unglaublich frei bist und offen für deine Veränderungen wirst Lasse alles, was an Hindernissen da ist, ins Wasser fließen Atme weiter tief ein und aus Genieße noch weiter den Ort Und lass auch die letzten Reste aus deinem Körper, Seele, Geist laufen Bis das Wasser ganz klar ist Und du dich immer leichter, glücklicher und entspannter fühlst Mehr und mehr kommen Glücksgefühle über deinen Körper Und du strahlst Körper, Geist und Seele sind in völliger Harmonie Geist und Seele sind in völliger Harmonie Ich zähle gleich von 1 bis 3 Bei 3 kommst du aus der Hypnose im Hier und Jetzt wieder an Fühlst dich toll, entspannt, ausgeglichen und leicht 1. Du kommst immer mehr zu dir zurück 2. Nehme deinen Körper wieder stärker wahr 3. Du darfst jetzt in deinem Tempo wieder deine Augen öffnen 4. Du darfst jetzt auf des Geist undろmain Und ver flюсь Kathes Eier 3. Du darfst jetzt in deinem Website 3. Du kannst gute Schritte 4. Du darfst jetzt in deinem tá Uneil völliger und coherence 4. Du musst jetzt in deinem Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020